Der leitende Draht aus der vorhergehenden Animation wird auf eine dünne Membran aufgebracht. Wird diese Membran nun dem zu messenden Druck P ausgesetzt, wölbt sie sich und der aufgebrachte Draht wird gedehnt. Diese Dehnung bewirkt eine Änderung der Länge und des Querschnitts des Drahtes, wodurch sich der Widerstand R des Drahtes unmittelbar verändert. Durch den Zusammenhang zwischen der Druckänderung und der daraus resultierenden Widerstandsänderung kann dieses Prinzip zur Druckmessung genutzt werden.